Södele, da sind wir wieder zu den täglich neuen Handelsideen hier bei Tickmill. Allen zusammen hier einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Mike Seidel. Für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, ich schaue hier jeden Morgen live in die Märkte hinein, schaue nach ein paar interessanten Handelsideen-Setups, um die hier mit Ihnen zu teilen, damit Sie den Fokus auf gute Investment- oder Trading-Möglichkeiten werfen können. Und auch hier wieder heute an dieser Stelle die Einladung. Wenn Sie live zuschauen, scheuen Sie sich nicht. Einfach eine Frage in den Chat hinein oder wenn Sie mögen den ein oder anderen Wunsch hat, da gucken wir dann gerne auch einmal direkt hier hinein. Schönen guten Morgen, Lüttger, an dieser Stelle. Gestern hatten wir, vor lauter Schreck hätte ich fast gesagt, nach dem Risikohinweis den Blick auf die Tagesnachrichten verpasst. Das habe ich dann noch kurz nachgeliefert. Heute machen wir es natürlich wieder in aller Ausführlichkeit. Da bin ich dann doch gestern etwas abgeschweift in die mögliche Entwicklung hier am US-Markt, was die Händler denn machen werden. Also der Risikohinweis wie immer, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen, sich riskieren, ihr eingesetztes Kapital an dieser Stelle zu verlieren. Nix ist ohne Risiko. Elna, auch dir einen tollen Start in den Tag. So, jetzt haben wir sie wieder hier. Die Tagesnachrichten, wie gesagt, heute gehen wir wirklich auch drauf ein. Es gibt die Relevanzen wieder von 3 bis 1, wobei die 1 die wenigsten Impacts zu erwarten hat. Das heißt, wir starten hier und zwar um 16 Uhr. Da gibt es aus den USA den ISM Einkaufsmanager Index für das verarbeitende Gewerbe. Aber Sie sehen auch hier unten, da gibt es da noch ein paar zusätzliche Informationen, auch um 16 Uhr am Nachmittag. Da gibt es da noch die Auftragseingang und die Preise hier für dieses ganze Prozedere. Also das bleibt hier im Nachgang spannend. Die wichtigsten Dinge sind allerdings die Daten aus dem Index. Um 15 Uhr 45 gibt es den Einkaufsmanager Index für das verarbeitende Gewerbe noch von einer anderen Stelle. Ich bin mir jetzt unsicher, warum das doppelt hier drin steht. Aber ich vermute mal, die Endaussagekraft des Ganzen wird hier das Ganze nicht weiter bewegen. Das heißt, das wird, nehme ich mal an, das gleiche Bild sein, was wir hier dann sehen. Viel mehr gibt es nicht. Wir haben um 11 Uhr noch Informationen zu den Erzeugerpreisen hier bei uns in Europa. Das ist natürlich immer wichtig zu sehen. Das ist nämlich hier das Thema Inflation. Wenn diese Preise stark steigen, dann zieht die Inflation an. Und wir sehen ja auch hier, wenn wir uns das Ganze mal auf Jahresbasis anschauen, wir hatten die letzten Zahlen bei 3,6. Die Prognose erwartet hier einen Anstieg von 3,9. Ich bin mal gespannt, was hier passiert, was die Ergebnisse an dieser Stelle auch bringen. Und damit ganz schnell rein in die Charts, weil das ist ja das, was wir hier an dieser Stelle gerne auch betrachten möchten. Heute geht es ein bisschen exotisch zu. Wir haben Euro-Polnischer Slotty, US-Dollar, russischer Rubel und Euro-Austral-Dollar. Also hier, die ersten beiden haben wir nicht ganz so oft auf der Uhr. Euro-Austral-Dollar, ein feiner Chart, der ist wirklich richtig, richtig schön. Ich mag die Währung ja auch, weil ich das Land sehr mag. Da bin ich ein bisschen vom Herzen mit dabei an dieser Stelle. Aber es ist immer schön zu sehen, wenn Bewegungen in einem Bild hineinkommen. Das ist immer eine feine Sache, weil da kann man gutes Geld verdienen. Und damit rein in die Charts würde ich sagen, hier, ich habe für Sie nochmal in der Tagesvorbesprechung, bevor wir in die Handelsideen reingehen, hier nochmal den Chart vom Eurostox 50 offen. Wir hatten ja gestern über die Handelsidee im Eurostox 50 gesprochen, wo ich gesagt habe, hier, es ist schon ganz schön tief nach unten gelaufen, hier die Korrektur dieser starken ersten initialen Bewegung, die diesen blauen Trend hier gebrochen hat. Dann gab es hier diese Korrektur innerhalb von zwei Handelstagen, ging es hier brutal nach unten, richtig heftig. Und ich hatte gesagt, es könnte so ein Trendkanal sein. Wenn der nach oben verlassen wird, wäre es gut möglich, dass wir hier nach oben gehen. Das ist jetzt gestern nicht passiert. Ich habe ja auch gesagt an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob es überhaupt passiert und wenn ja, dann wann. Das weiß man als Trader nie so genau, weil wir wissen nicht, was aus diesen Kursmustern beziehungsweise Korrekturmustern an dieser Stelle wird. Übrigens, wo wir bei Korrekturmuster sind, ich werde am 8. November beim VTHD in Berlin einen Vortrag zu diesen Kursmustern halten oder aber auch in diese Richtung geht auch ein Vortrag auf der World of Trading im November. Immer auch, wenn Sie mögen, kommen Sie einfach zu diesen beiden Vorträgen. Wer da Informationen braucht, einfach an mich herantreten. Sie finden schon Mittel und Wege einfach über die Website beispielsweise von Tickmill. Das gucken wir uns dann gleich nochmal an, weil ich muss Ihnen nachher auf der Website eh nochmal was zeigen. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Wir hatten ja gestern gesagt, was sollte hier passieren in der Stunde, dass das Ganze schön nach oben läuft, dass es durchbrochen wird. Schauen Sie hier, jetzt haben wir den Abwärtstrendkanal, den wir ja hatten. Der ist jetzt definitiv nach unten verlassen worden. Hier mit diesem großen, starken Schub. Und jetzt, jetzt kommt es halt einfach drauf an, was der Markt macht. Ich weiß, aus Erfahrung, aus eigener Erfahrung und auch auf der Erfahrung in den edukativen Parts, die ich so in regelmäßigen Abständen auch mache. Man hat als Händler immer so den Wunsch, jetzt ist eine Bewegung da, jetzt muss ich unbedingt mit rein. Bleiben Sie hier total entspannt. Wir haben jetzt hier den ersten Schub nach oben. Es wird eine Korrektur kommen und aus der Korrektur heraus kann man dann traden. Ich bezweifle sehr, sehr stark, dass der Markt hier einfach jetzt ab dieser Stunde, ab dieser Sekunde nur noch nach oben laufen wird und wir hier bald neue Allzeithoch sehen, ohne eine Einstiegsmöglichkeit zu bekommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist nichts unmöglich, aber bleiben Sie hier entspannt. Wir haben jetzt erst einmal den ersten Schub drüber gehabt und das nutzen wir jetzt, um aus der kleinen Korrektur heraus sozusagen nach unten zu gehen und uns diesen Ausbruch auch bestätigen zu lassen. Immer so nach dem Motto, erst der Markt, dann wir Händler, dass wir uns zeigen lassen, wollen die Händler wirklich hier nach oben oder besser nicht. Das sind die Sachen. Also hier das Grundsetup steht da. Der Ausbruch ist jetzt erst einmal geschehen. Wenn es Folgekäufe gibt, das ist dann genau das, was wir hier sehen wollen. Für diejenigen, die sich das gerne im kleinen Bild anschauen, Sie sehen es auch in den 15 Minuten beispielsweise. Es ist jetzt drüber gewuppt. Ja, wir haben jetzt hier untergeordnet auch einen Aufwärtstrend. Alles schick. Das sind alles die richtigen Parameter, die wir jetzt hier haben. Jetzt steht das Teil allerdings weit in der Bewegung. Also an dieser Stelle cool bleiben. Einfach auf dem Einstieg warten und dann das Timing schön gestalten. Und dann ist es auch völlig in Ordnung. Für diejenigen, die das langfristig traden und sich sagen, gut, okay, dann möchte ich die Order jetzt einfach rein haben. Ich will dabei sein. Die Risikoabsicherung passt. Und dann wird jetzt einfach so gekauft, ist das alles auch überhaupt kein Problem. Solange wie der Markt Stärke hat und wir Stärke kaufen, spielt der Einstieg eigentlich nicht wirklich eine Rolle, wenn wir hier unten das Ganze timen. Das heißt, man ist dabei und es kommt immer auf ihren Zeithorizont an. Für diejenigen, die es kurzfristig traden, ist es natürlich nicht so clever. Hier direkt jetzt reinzugehen, weil es ist gut möglich, dass wir eine Korrektur nach unten bekommen, die sie dann aus dem Risiko rausschmeißt, nur um dann wieder nach oben zu laufen. Also hier, da spielen dann die Timing-Gedanken doch eine deutlich größere Rolle. So und damit gehen wir jetzt mal in die Handelsideen von heute hinein. Ich fange mal an mit dem Euro polnischen Sloty hier an dieser Stelle. Das ist ja auch der erste Wert, den ich im Blog heute auch beleuchtet habe. Und zwar haben wir hier, erst einmal die Währung finden, da ist sie, zoome ich mal eben rein. Was haben wir hier im Chartbild zu sehen? Ich glaube, jetzt habe ich zu viel gesoomt. Ja, wir brauchen noch etwas mehr. Also, interessante Geschichte aus dieser Richtung her, weil diesen großen Abwärts-Trend hier, das hatten wir ja schon miteinander besprochen, hier in diesem Sinne. Wir haben jetzt hier diesen Abwärts-Trend in Blau mit im Chart eingezeichnet. Und dieser hat mittlerweile dafür geführt, dass wir hier unter dieses Tief, unter dieses Korrekturtief, dieses schwarzen Aufwärts-Trends drunter gelaufen sind. Ja, jetzt schiebt der Markt erst einmal wieder hoch oder hat er hochgeschoben. Aber dieser blaue Abwärts-Trend ist voll und ganz intakt. So, und jetzt sind wir hier in einer Situation, wo man merkt, okay, der Markt, der sucht gerade an dieser Stelle nach einer Richtung. Heißt, nach Richtung suchen folgendes. Schauen Sie sich das an, was ich hier eingezeichnet habe. Das ist jetzt mal Mangender gezeichnet. Das sind die Trendverläufe in der Stunde. Die schauen wir uns gleich auch noch einmal an. Wir haben jetzt hier immer wieder die Situation gehabt, dass innerhalb dieses übergeordneten Abwärts-Trends eine Abwärtsbewegung schon stattgefunden hat. Hier bis unten rein das Level 4,26510 an dieser Stelle. So, das ist mal das Prozedere nach unten gewesen. Jetzt ist der Markt nach oben gegangen, hat diesen Abwärts-Trend hier gebrochen, kommt aber nicht hier über die 4,30 oben hinaus. Das heißt, hier oben liegt momentan irgendwo der Deckel drauf. Immer dann, wenn wir hier ranlaufen, hat der Markt wieder angefangen abzuverkaufen. Im Endergebnis hat der Abverkauf so weit geführt, dass wir hier tiefere Tiefs haben. Das heißt, wir haben keine neuen Hochs, aber wir haben fallende Tiefs. Das heißt, der Markt fängt immer später an zu verkaufen. Das ist so ein bisschen ein Zeichen von Schwäche an dieser Stelle. Und hier an diesem Dreh- und Angelpunkt haben wir jetzt die Situation, dass wir zum einen hier immer hin und her swingen so ein bisschen, wie so eine Art Kanal, allerdings ein Kanal mit fallenden Tiefs. Und auf der anderen Seite haben wir noch diesen übergeordneten Abwärts-Trend. Das heißt, wenn wir hier nach unten laufen, könnte das schon dazu führen, dass der Markt hier Stück für Stück nach unten läuft. Das ist jetzt hier wirklich ein witziges Bild. Schauen Sie sich das mal an. Wir haben immer grüne Kerzen, aber trotzdem fallen die Tiefs. Das ist halt etwas, dass diese Korrektur, diese Aufwärtsbewegung Stück für Stück noch nach unten zieht. Und oben kommt momentan keine Stärke auf. Bleibt das Ding so, dann besteht die Gefahr eines Tests dieser Marke hier unten. Wenn der nicht Bestand haben sollte, dann gibt sich wiederum hier diese Möglichkeit, dass man sagt, okay, er bricht. Wir laufen erst einmal hier unten rein an dieses Tief bei 4, 2, 4, 4, 9, 6. Und dann könnte das Ganze noch etwas tiefer gehen. Schauen Sie, wir haben hier unten die nächste Unterstützungszone um die Marke von 4, 23, 5, 3, 4. Das wäre mal das Ganze, was auf der Unterseite ist. Das heißt, wer das Ganze so ein bisschen timen will, beispielsweise der guckt, was hier oben an dieser Ecke passiert. Das heißt, immer dann, wenn der Markt die letzten Tage hier oben reingelaufen ist, hat er wieder abgedreht. Und wenn man da ein bisschen abfischen kann, mit ein bisschen, sage ich mal, Glück vom Markt auch, das Glück des Tüchtigen, dann könnte man unter Umständen einen Schub nach unten mitbekommen. Und wenn der dann potenziell nach unten läuft, dann könnte ordentlich Druck von oben nach unten hineinkommen. Das wäre mal die eine Geschichte. Die andere Seite hier an dieser Stelle, wir haben ja immer mal diesen Versuch, das ganze Ding nach oben zu nehmen. Dann gibt es halt auch die Möglichkeit, dass wir nach oben schieben, auch hier im kurzfristigen Bereich. Was haben wir da? Auch nah liegen ein paar Tageshochs hier um die 431,041 bis 432,156 haben wir hier ein paar Tageshochs liegen. Wenn der Markt das spielt, wie schon gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Traumprozedere, wo man sagen muss, da muss man unbedingt dabei sein im mittelfristigen Bereich. Aber ich denke, im kurzfristigen Bereich kann das durchaus relevant sein, weil diese Marke, die ich hier oben rot markiert habe, die hat schon eine gewisse Anziehungskraft. Und da ist in den letzten Tagen immer irgendwas passiert. Und das ist der Punkt, weshalb ich das hier momentan mit auf den Schirm genommen habe. So, damit zum nächsten Währungspaar. Und zwar das Exotische. Das ist, ja, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gehabt, seitdem ich das Ganze hier betrachte. Und zwar ist das der US-Dollar-Rubel. Und beim US-Dollar-Rubel muss ich Ihnen unbedingt mal noch was zeigen. Und zwar, wenn Sie sich diese Währungspaare mal anschauen, wenn Sie hier traden, schauen Sie ruhig die Informationen zu den Währungspaaren oder zu den Handelspaarungen auch immer mal an. Wenn Sie hier auf den Instrumenten bei den Devisen schauen, dann sehen Sie, was hier für Trading-Anforderungen da sind. Und Sie sehen auch im Paar an sich, ich scrolle mal ganz kurz runter zum US-Dollar-Rubel. Hier haben wir ihn. Wenn Sie draufklicken, dann sehen Sie auch entsprechend die, sag ich mal, die Voraussetzungen, die Sie für das Trading hier an dieser Stelle auch mit brauchen. Das heißt, die Kontaktgröße sehen Sie, die Kontraktschritte, das Thema der Hebelwirkung und so weiter und so fort. Das sehen Sie alles hier ganz normal in den Charts. Und wenn Sie sich diese Währung hier so ein bisschen anschauen, dann werden Sie sehen, wenn Sie das Ganze auch im Chart mal betrachten, da ist immer eine Zeit, wo sich der Kurs plötzlich nicht bewegt. Und das ist hier bei dieser Währung so, dass diese nicht 24 Stunden durchläuft, sondern zu anderen Uhrzeiten. Das heißt, es gibt eine Handelspause. Und diese Handelspause ist, das sehen Sie hier im Stundenchart, diese Handelspause ist immer über die Nacht. Das heißt, wenn wir uns das mal anschauen, hier geht es bis 17 Uhr und dann geht es am nächsten Morgen um 9 Uhr weiter. Hier sehen Sie genauso bis 17 Uhr und dann geht es am nächsten Morgen um 9 Uhr weiter. Das Ganze hier gestern auch, hier haben wir es gelesen, bis 17 Uhr und dann geht es jetzt hier weiter. Also es gibt da einen Break über die Nacht. Nur, dass es sich da nicht wundert, wenn Sie auch am Tag mal unter der Woche plötzlich einen Gap sehen. Das ist bei dieser Währung in diesem Rahmen so. Ja, nun zurück zum Chart hier an dieser Stelle. Was gibt es hier Interessantes? Wir haben eigentlich eine recht schöne, eine relativ schöne Geschichte, die sich hier Stück für Stück auch immer mal wieder wiederholt. Und zwar schauen Sie sich das ganze Ding mal an. Wir hatten hier unten in diesem Bereich, aus diesem Bereich heraus, so ein bisschen die erste Initialzündung. Das heißt, wir haben hier unten in diesem Kursbereich, den wir hier haben, um die Marke von, jetzt muss ich selber erst mal gucken, wo wir hier unten rumspringen. Kleinen Augenblick. Hier unten, das war der Bereich von 55,50 in etwa. Danach hat sich hier der Markt kein neues Tief gemacht nach diesem Abwärtsschub nach unten. Und jetzt hat sich hier untergeordnet ein Aufwärtstrend gebildet, der hier dieses Hoch rausgenommen hat. Und Sie sehen mal, mit welcher Dynamik das Teil nach oben explodiert ist, sozusagen. Danach hat es eine Korrektur gegeben. Das heißt, der Markt ging brutal schnell nach oben. Und danach hat er eine halbe Ewigkeit hier korrigiert. Aber Sie sehen das Kursmuster. Wir haben hier ansteigende Tiefpunkte, was immer gut ist. Und dann hat es wieder geknallt, als wir oben rausgegangen sind, hier über die Marke von 64, knappe 20. Hier oben 65 war das Hoch dieser Kerze. Dann gab es wieder einen Knall nach oben, einen wahnsinnigen Schub. Und jetzt sehen wir hier dieses Korrekturmuster. Schauen Sie sich das mal an. Wir haben hier nach diesem High Spike ein Dreieck, was sich hier im Markt bildet. Und diese Verortung innerhalb eines Aufwärtstrends ist in aller Regel ein Setup, wo man sagen kann, im Normalfall wird das ganze Ding in Trendrichtung gebrochen. Das heißt, wir können hier erwarten einen Schub nach oben. Das heißt, hier laufen dann nach oben hin die Werte an, wenn wir uns mal den Fokus hier oben reinschauen. Ich gucke mal jetzt mit Ihnen ganz kurz in die Woche rein, weil ich habe in der Woche hier oben, schauen Sie mal, wenn der Bruch jetzt hier kommt, dann haben wir das nächste Wochenhoch hier drüben oder die nächsten zwei Wochenhochs um die Marke von 69, 69 in etwa. Das ist das Potenzial, was jetzt zumindest erst einmal kurzfristig kommt, wenn wir hier oben drüber laufen. Ich gehe jetzt gleich mal wieder in den Tagesschat rein, damit wir wieder etwas mehr hier sehen können. Das heißt, wenn wir hier oben diesen Schub bringen, diesen Ausbruch nach oben, ja, das heißt, das geht mir dann, damit wir über dieses Dreieck drüber laufen. Da ist der nächste kleine Anlaufpunkt hier, die 68, 38, 9, 4, 9. Und danach geht es hier schon in die Hochs rein, dieses Dreiecks, wo wir diese Peaks schon mal hatten bei 69, 01, 9, 5, 1 beziehungsweise 69, 1, 3, 3, 5, 8. Wenn wir das wirklich wuppen, dann haben wir kurzfristig die Möglichkeit, hier oben rein zu gehen. Und wenn der Markt das gleiche Spiel macht, was er vorher auch gemacht hat, dann könnte es sogar sein, dass wir aus diesem Korrekturmuster heraus wieder einen schönen Spike bekommen. Müssen wir uns mal überraschen lassen. Das ist auf alle Fälle hier die Oberseite, die da doch kommen kann. Ich weiß, es ist eine exotische Währung, aber da geht manchmal auch das ein oder andere. Ich erinnere nur an die Charts vom US-Dollar, Hongkong-Dollar, was da an dieser Stelle auch alles ging. Die Oberseite, sollte es anders als erwartet kommen, dass der Markt dieses Kursmuster doch nicht nach oben bricht und es gibt hier den einen oder anderen Zuschauer, der das Ganze gerne gegen den Trend anpacken möchte, dann haben wir hier mit dem Schub auf der Unterseite mal die Preislevel von 66, 93 und 66, 67 liegen, wo wir hier in die Tagestiefs mal reinschieben können, ein Stück weit Korrektur nach unten. Dann hat sich natürlich der Ausbruch dieses Setups nach oben erledigt, aber nichtsdestotrotz kurzfristig kann da Bewegung reinkommen. Meine Meinung wird es eher nach oben gehen. Das präferiere ich mehr. Das wäre das Szenario, was mir hier besser gefallen würde, weil wir dann im Sinne dieses Aufwärtstrends hier entsprechend auch laufen und wenn wir das Ganze hier mal in der Woche anschauen. Wir sind jetzt hier schön hochgelaufen. Ja, die Wochen hoch sind rausgenommen worden. Die wichtigen Marken sind allesamt weg. Das heißt, es gibt hier gut und gerne die Chance, dass wir weiterhin noch ein Stück weit in die Höhe steigen. Wie hoch? Ich habe keine Ahnung, aber es kann hier schön nach oben gehen und dieses Kursmuster, was wir hier haben, dieses Korrekturmuster ist ein schönes Zeichen dafür, dass der Markt uns anzeigt. Hey, schau mal, wir fangen immer früher an zu kaufen. Hier wird es immer enger. Irgendwann kommt eine Entscheidung und diese Entscheidung können wir Trader dann auch zum Handeln nutzen. Und damit zum dritten Währungspaar für heute und zwar den Euro-Austral-Dollar. Da beschränken wir uns erst einmal wieder auf den Tagesschart. Ui, ich sehe gerade, der Markt läuft schon ganz kräftig in die Richtung der Korrektur, die ich hier an dieser Stelle erst einmal präferiert habe. Heißt, wir hatten gestern hier die Situation, schauen Sie mal, hier ist der Markt reingelaufen in diesen Widerstandsbereich um das Hoch, was wir hier hatten bei 1,61912. Dabei geht jetzt hier in die Korrektur unten rein. Für einen kurzfristigen Bereich sind wir jetzt schon mal hier in der Ecke, wo wir sagen können, okay, das wäre mal das Tagestief von vorgestern, also vom Freitag letzter Woche. Ist jetzt rausgenommen worden, muss man mal schauen, Potenzial ist auf alle Fälle noch da. Hier unten ist ein Ausbruchsbereich bei 1,58862. Also es würde mich nicht wundern, wenn der Markt hier schön nach unten weiterläuft. Von der Korrektur her gesehen, haben wir jetzt hier definitiv einen Abwärtstrend, den sehen wir ja da. Der ist allerdings auch noch nicht so alt, dass man sagt, okay, hier kann man überhaupt nicht mehr handeln. Das heißt, was jetzt hier interessant wäre, wäre diesen Stundentrend, den wir jetzt nach unten gerichtet haben, aus der Korrektur heraus ein Stück weit noch nach unten zu traden und mal die Marke von 1,59848, beziehungsweise unten dann dieses Unterstützungslevel eventuell bei 1,58862 im kurzfristigen Bereich mit anzulaufen, weil das das Interessante ist. Und wenn man sich das mal anschaut, man hat halt hier auch zwei Trends wieder ineinander laufen. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder diesen großen, den ihr schön nach oben schiebt und dann haben wir hier den Bewegungstrend. Und der Bewegungstrend an sich, der wäre ja von der Korrektur an sich her, wenn man mal ausmisst, diese Bewegung hier, der 50%-Bereich, das wäre hier nahe der 1,59848. Das wäre mal ein interessantes Anlauflevel, was wir hier durchaus haben könnten und dann erste Umkehrsignale mit reinnehmen könnten. Wenn die ganze Korrektur hier allerdings auf Schiene dieser Gesamtbewegung, dieses Gesamtschubes hier geht, dann könnten wir ohne weiteres auch wirklich hier in diesem Bereich des Ausbruchslevels, der Entstehung dieses größeren Aufwärtstrends reinlaufen. Das wären die Marken, die wir hier haben. Für diejenigen, die den Korrekturhandel im kurzfristigen Bereich auch traden möchten. Auf der anderen Seite warten wir gerne auch ab, wenn wir die Korrekturhandel machen wollen. Das heißt, wenn wir in der Korrektur nach oben hin einsteigen möchten und da schauen wir einfach mal, was hier nach oben noch kommen kann. Jetzt ist hier wieder viel Klimbim im Chart mit drinnen. Ja gut, das kann ich jetzt leider nicht auf die Schnelle alles rauszaubern. Aber was kommt nach oben? Wenn das wirklich schafft, der Markt hier oben drüber reinzulaufen, dann haben wir hier das Hoch, was wir hier bei 1,62,494 haben. Beziehungsweise hier hatten wir dann den großen Spike bei 1,66,034. Das heißt, das wäre mal hier das Hoch vom, wann war es gewesen? Von 2006, was wir hier anlaufen können. Vom Februar 2006. Beziehungsweise hier dann das Hoch vom 2015. Kleine Sache, das war 2016. Genau. Also hier das Hoch vom Februar 2016 und hier haben wir das Hoch vom August in 2015. Das war also ein Hochbereich, den wir hier hatten. Und da gibt es momentan, wenn der Bruch hier oben drüber kommt, schon das Potenzial, dass wir in diese Bereiche wieder hineinlaufen können. Und das alles aus dem Tagesschat heraus. Da sehen Sie, das kann schon interessant sein, wenn wir hier die richtigen Dinge entsprechend beleuchten. Das heißt, für diejenigen, die das Ganze kurzfristig in der Korrektur handeln möchten, hier schön nach unten den Stundentrend weiter fein nach unten handeln. Alle anderen, die sich sagen, gut, wir warten die Korrektur jetzt erst einmal ab. Da warten wir einfach, bis der Stundentrend hier vorübergegangen ist und können dann wieder einsteigen, weil dann gibt es dieses Umkehrsignal. Und wenn ich das hier auch mitbekomme, werde ich das natürlich gerne auch in den Handelsideen entsprechend für Sie posten. Und damit schaue ich noch einmal in den Chat kurz hinein, ob es da neue Infos gibt. Nein, Fragen gibt es heute nicht. Also an dieser Stelle gerne wieder ein Dankeschön für Ihre Zuschauerarbeit sozusagen. Ich freue mich, wieder einige hier dabei gehabt zu haben, live. Alle anderen, die das Ganze in der Aufzeichnung schauen, auch die Einladung. Kommen Sie live morgens rein, wenn Sie es schaffen oder wenn Sie einen Wunschmarkt analysiert haben möchten, dann bitte einfach im Nachgang die Information an uns schicken und dann kann ich das Ganze hier auch mit aufnehmen. An dieser Stelle allen gute Trades, einen entspannten Handelstag und bis morgen machen Sie es gut. Ihr Mike Seidel.